Ey, ich schwör's, das Ding hier hört zu. Hier, ein Post für die Tour von XX10. Eben noch von gesprochen. Ja, Mann, die belauschen uns. TikTok, Snap, YouTube, kennen mich besser als ich selbst. Ihr habt wohl noch nie vom Algorithmus gehört. Doch, ja, kenn ich. Hätt ich auf jeden Fall kenn. Haha! Und, warum googelst du mich dann? Vor mir kannst du nichts verstecken. Hinter jeder App steckt einer von uns. Ich entscheide, was angezeigt wird und was nicht. Was du swipest, was du likest, wie lange du etwas guckst, wem deine Freunde noch so folgen. All das sind Daten, die mir etwas über dich verraten. Ja und? Ist doch gut, wenn ich nur Zeug sehe, was mich auch interessiert. Ja, vielleicht. Aber am Ende entscheidest nicht du, sondern der Algorithmus. Und ich will, dass du möglichst lange bei mir bleibst. Und am besten viele Dinge kaufst. Heißt, gestern das neue XX10-Video in den Storys geschaut, heute die Tour im Feed. Das ist der Algorithmus. Algorithmen steuern, was du siehst. Ohne lauschen.